Musst du hier entlang, oder was? Naja, bleib mal dieser Dummensch, halt jetzt mal stehen bleiben. Hallo, hallo. Ja, endlich. Das ist ja selbstständig. Ihr wisst, dass hier ein paar viele Leute sind, ne? Ja, aber von wem? JKS ist auch wieder hier. Ja. Ja. Die Herren, wie lange brauchen sie noch? Nicht, äh, da sind noch 800 jemanden. Ja. Äh, da kannst du mal kurz die Schlüssel für das Ding da geben. Meine Ausdauer ist gleich weg. Du kannst trinken, dann ist die Ausdauer wieder voll. Ich weiß, ich hab nur noch ein Wasser. Das könnte ich natürlich verwenden, aber... Egal, ich denk schon wieder zu viel. Ja. Ich hab Wasser genug. Verwende es einfach, die haben gesagt, die holen uns mit deinem Links ab. Mit deinem Heli. Um das Geld einzuzahlen. Hey, wie? Die Cops oder wer? Ja. Oh. Die Hälfte ist geschafft. Ja. Ja, nice. Serverangriff. Äh, Hackerangriff, oder? Ja, Hackerangriff. Äh, Hackerangriff. Ja.